Was haben wir heute so gemacht? Am Morgen haben wir Schwiele gespielt und vor allem eine neue Sipplein ausprobiert, die Luky und Bruno gebaut haben. Wir haben heute Knoten gelernt und mit den Blachen. Am Nachmittag haben wir ein Spiel gespielt. Wir hatten noch Freizeit, also wir sehen wir noch. Und dann gibt es um die Nachtpizza. Was hat euch am besten gefallen? Das Gelände wäre mir sehr gut gefallen. Ja, es war wirklich gut. Das Gelände war echt am besten. Und wir hoffen, es gibt viele Gelände in allen Leuten. Und was würdet ihr sagen, auf was freut ihr euch am meisten? Auf jeden Fall auf die anderen. Tauschen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt Mögel und Pizza. Oft Freizeit. Alles gut. Oft nicht Freizeit. Ja, es war auch frei. Genau, das haben wir. Es gibt sie dann. Ja, es war auch frei. Nichts. Ja, es ist kein Essen. Untertitelung des ZDF, 2020